wieder in Fortnite mit RazorChicken aka mein Cousin und Thomas Rage Gritz aka Thomas Heinz auf YouTube ich ändere da noch kurz die Beschreibung um also ja no one fucking ask schreibung bissel ändern ja von wieso ah I like your Kaji ah Jason wie hieß da noch Kanal nochmal Jason ne der von Jason so wie ich auf PS4 heiße schon lange ja ich war schon über ein paar Jahre hierzu ja aber ohne das unterstrich Nico du hast das Kevin Profil mit oder ja ja zu wild ja boi mein oder ja Nico du weißt ganz genau dass ich keine Hobbys habe ja das Video geht 44 Minuten das sollte eigentlich ein Clip werden ja aus einem Clip wird auf einmal ein Video ja huch 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 hab ich gesagt huch für Deutschland für's deutsche Reich also ich hab für das deutsche Vaterland für das deutsche Vaterland für das deutsche Vaterland huch huch Thomas weißt du wofür das ist genau für deutschland also genauso wie auf ps4 nur ohne das unterstrich und speichern muss ich hoffen dass die dings funktionieren und dann passt comment live chat ja 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 warum 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 du bist auch einmal legendär thomas sowas schaffst aber auch nur du ich habe zwei zuschauer der andere bin ich da drin bin ich lohn fncs finale fncs also sieben das internet bei mir oben ist naja bonof ja thomas die ist vorhanden logik immer die wahl wofür ist es ganz genau für fortland und deutschland strem Vielen Dank. Vielen Dank. Ohne das Unterscheid... Vielen Dank. Also starten wir, oder? Ist egal. Wer? Ich hab 5. Jetzt hast du 6, wie es aussieht. Jetzt solltest du 7 haben, glaub ich sogar. Ja, ich kann auch streamen, wenn du willst. Also ich hab gehört, wir starten jetzt die Runde aller Runden. Du bist übertragen. Natürlich auf Twitch, was ansonsten. Genau, auf Twitch. Ja, ich weiß. Und es wahrscheinlich tausende oder gar Millionen von anderen Fortnite-Trips gibt. Für das Schweizer Vaterland. Ja, ich weiß. Echt? Ja, ich weiß. Einfach mal in den Stream-Flaggen. Wir haben ein bisschen mitspielen. Wir haben ein bisschen mitspielen. Dann wäre der Mitglied. und kostet glaube nur fünf flanken oder so nur die betonung nur ja kauf mal was macht er gerade auch fortnite also fortnite season 5 verschiebt sich doch doch noch nicht bemerkt auf den dritten zweiten also ich habe gehört wir starten jetzt eine runde ich weiß nicht mein bildschirm eingeengt lassen also so das recht aber ich hätte ja gerade auch mein handy das internet kauf der trash ist das sieht man auch im stream drin das weiß ich ich habe das auch ausgemacht du machst es mir scheiß egal nico ja 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 Fortnite-Mars. Mhm. So Vollpfosten. Bail. Pass. Stufe 91. Nein. Dieses Season habe ich mir wirklich alle erspielt. Momentan. Ich bin Stufe 57. let's go. Und ich habe mich alle einen verlieren. Bist du mir irgendwo? Ich würde mich alle sind. Ich bin herzlich willkommen. Ich hab die Schrauben hier bei mir Schrauben. Ich hab's gewohnt. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Die Spiegel hier im Spiel ist. kann ich doch nicht wissen doch riechen wird mir bei likes immer noch angezeigt er will uns umgeben und stürzen auch hier ist offen drinnen was die baum ist Ok Kann ich sie auffüllen? Thomas wir haben ne ausgerechnet Mach ich gerade irgendeine Update? Nein Egal dafür haben wir jetzt ein No-Skin Team No-Skins sind die aller echten Legenden Das sind die aller ersten Skins Oh und dann kommt noch so ein komischer Geil, ein Angel Wow Was? Jaaa, dann kommt er von oben Ey, ist ein kleiner Seid doch ruhig Thomas Thomas haben nicht ein Damage Sag ich so, ja Seh ich so aus als hätte ich irgendeine Waffe gehabt Nein Ja Nein Ja Es war dann Seid nie jetzt gerade so Roti Hallo Ja wo ist Roti Ich will nichts tun Ding ist Wo ist das hier, Nico? Spiel leckt Keine Ahnung Ich weiß nicht mal gerade wo ich bin Mein Spiel leckt Toll Thomas, warum? Thomas, warum? Ja, safe Thomas, ich hätte euch helfen können Du sagst ja nicht wo du bist Ey, wo soll ich... Weiß ich irgendwo wo ihr seid? Nein Wir haben leider im Ross Oh meinst du jetzt ein Helf in 10. Klasse, äh, richtiges Teamen Es wird jetzt ja schön stambuliert Das darf niemand haben Das ist schon gewesen Ja Nein Das ist ein komischen PC Array Ja Das ist ein komischen PC Array Das ist ein komischer Das ist ein komischer Ich weiß nicht, wie kann ich das einladen? Gange jetzt komme ich zuerst auf ja 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 los ja 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 Ich komme gleich. Vergetan. Ah, das ist doch gut. Auf geht's. auch andere lecker lecker ich habe es gesehen wirkliche fähigkeiten thomas gegner direkt vor dir gewesen das war ein iron man erst mal in den boca gehen thomas offen oder was einfach alles verschweißen it's a bad bunker das ist eine goldene xp münze junge thomas warum ja aber wir dürfen ja hier einfach so nix liegen lassen also erstmal alles verspeist und das dass wir uns einmal so ein geisterinventar gebe bitte dead guy ja das ist ein bot der war er war das ist ein ja ich würde mir zugucken wer muss mit uns wer ist das wer ist das wer ist das wer ist das Thomas, das sind Memes, die sind öffentlich Da steht nichts von Copyright Dann geh hier was essen holen Und dann zum mich auch Zurück, glaube ich, halten. Ich weiß nicht, ob es Copyright hat, aber es ist eine öffentliche App. Wir sollten öffentliche Memes Copyright haben. Was? No Copyright muss ich eingeben? Ah, nur Copyright Sounds. Das ist Ivan. Wir haben wahrscheinlich gekauft. Manches. 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 Muss man den sich kaufen? ich weiß kann doch nicht sein, dass es ein Dings ist ob das hier ein Switz ein Switz, genau ein Switz ich kann nicht mehr reden Switz Emotes Sturmkönig als Musik Für Fortnite Ja, bin ich gerade dabei Was macht ihr? Ja moin Nee doch, ja Ja, nice Ivan der Grausame Für Deutschland Ivan der Schreckliche Ich könnte jetzt sogar PS-Kamera anschalten Dann hätte ich ein Face-Game Dann hätte ich quasi eine Face-Game Aber ich glaube Face-Game mache ich erst ab 50 Abos Es dauert noch so 40 Abonnenten Bisschen Wenn du auch Face-Game machen willst, musst du auch was mit Dings Äh, eine PS-Kamera haben Ah, Ivan der Schreckliche also Wer? Nein Für Deutschland Wirtschaft, Arbeit, Haushalt Fertig Kann ich Braucht niemand Stimmt, ich wollte ja mal schauen, wieviel mein Aspekt aufstehen muss Wolltest Montag bis Sonntag 45 Stunden Ah Zwischen 60 Uhr und noch irgendwas Ich weiß Ich weiß No no Gamebock Ich hab dich für Zuschauer Wo hast du denn Wo hast du den Streaming denn geteilt? Was? Ah, ich hab die beste Idee Klassenchat So was hab ich schon Ich hab das schonmal gemacht Ich hab's durchgezogen Ich kann sowas durchziehen Ich kann sowas durchziehen Ich kann sowas durchziehen Ja, ich Du hast aber auch was anderes durchgezogen Haha, sei ruhig Cool Freundlich Vor allem ist es schon kacke so Dass so Dass die andere Person, die ich Das ist schon trash So Und hier befinden sie das Und hier befinden sie das Wohin nach Afrika? Wohin nach Afrika? Wohin nach Afrika? Lazy Lake Okay Der Arme Knacks Die neuen Fortnite Würstchen Was? Die neuen Fortnite Würstchen Die neuen Fortnite Würstchen? Die neuen Fortnite Würstchen? Aha Ich habe gerade mal zwei servos scheiß egal ich hab auch so ein gefühl 50 gar nicht geschmackt genau und ich hab seit 50 jahren nicht mehr ein video gemacht ich bin so ein fach ist das war tost 13 sekunden 13 13 normalerweise müssten videos ja mindestens acht minuten gehen normal ich habe so einen hohen pink was ist ein bisschen los du hast aus welchem server spielen wir afrika ja das denke ich mir auch gerade ich hab ja auch schon gefragt warum ich so einen hohen pink habe thomas warum ich hab du bist der gutmannführer ich hab dauerhaft 200 abing ja genauso wie ich ich hab sogar 290er wenn ich das richtig sehe ey spiel oben links oben links ja da hast du wahrscheinlich nicht angeschaltet hallo bei mir ich schieße den gegner so an er kriegt nicht Hilfe bitte helfen sie mir ich bin in gefahr bitte helfen sie mir du musst bei mir arm dead arme dead guy what a big surprise gegen den legenden doom zu kämpfen macht auch nicht gerade spaß bei mir legt alles selbst eine waffe aufheben dauert bei mir eine sekunde länger und das fängt schon so ab hoch 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 weiter spiel auf auf fliegen naja fast tot du ähm äh in der villa ey Thomas auf welchem server spielen wir auf afrikanischen ich hab auch du mal angeschossen ich hab auch du mal angeschossen jetzt kommst du da ich hab auch noch weg du hast ja ich hab doch du was versprochen ich hab doch mal angeschossen jetzt kommst du mal angeschossen ja ich hab die Ich hab die ich hab doch so ekel Vielen Dank.